hallo und herzlich willkommen zu einem video von mir ich bin hier mit second life von urbex in einer verlassenen zement fabrik und was es gibt das siehst du gleich allerdings müssen wir hier sehr leise sein weswegen ich in diesem video nicht allzu viel sagen werde denn hier gibt es noch sicherheitsdienst und wir gucken uns das ganze mal genauer an ja freunde es wird heute wohl eher so ein cinematic video werden weil ganz ehrlich habe ich keinen bock erwischt zu werden dass ich als dienstwerte tatsächlich ein paar touren zwischendurch wenn ich hier so rumlabere nicht gut so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Das haben wir ja vorhin schon einmal kurz gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So kleine Rauschtrucke wie so Wölkchen. Das ist der Grund des ganzen Sees. Ja, und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video gehabt und ich denke mal, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.